Hey, hallo! Willkommen beim Achtung-Podcast! Achtung, Podcast! Wir müssen los. Ah, Dedele ist schon da. Ja, ich glaube, dass wir ein ganz gutes Ohr dafür haben, für das, was uns gefällt. Dass wir nicht uns hinsetzen und das musizieren, was wir denken, was gut ist, sondern dass wir einfach drauf los musizieren und dann merken, das gefällt uns, da in der Richtung machen wir mal weiter und das gefällt uns eher nicht, das lassen wir mal eher sein. Das ist so mein Eindruck. Das finde ich auch gut, dass das nicht so reißbrettartig läuft und wir sagen, der Rhythmus muss so klingen, der Basslauf muss so klingen. Dann muss da so eine Diddle-Liddle-Liddle-Melodie noch rein und dann haben wir unseren Sound, sondern wir merken, wenn wir unseren Sound haben, während wir spielen. Das finde ich gut. Ich finde uns gut. So. Aber mal ganz schnell hier ausmachen. Sportfreunde, das kann doch nicht angehen. So einen Lärm hier zu machen, nur. Mann, 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 Mann. Ich habe Gott gemerkt. Es ist nicht schön, wenn wir uns wiedersehen. Es war noch nie so schön, wie heute. Ja, hallo, liebe Freunde. Es wirkt ein bisschen ungemütlich hier, ist es aber gar nicht. Es ist total gemütlich. Und wir haben hier total viel Spaß und trinken nur gutes deutsches Wasser mit ordentlich viel Zitrone drin. Und spielen bis tief in die Nacht hinein unsere Songs und Proben und Synage weg. Dankeschön, klasse, dass ihr mitgemacht habt. Wir haben das gesehen. Wir sehen euch alle. Wir sehen euch immer alle. Ja, ha. Auch wenn ihr das nicht glaubt. Wir sehen euch. Ja. Wir können euch alle sehen. Ja. Ja, ich mache das schon seit ich 300 Jahre alt bin. Deswegen klingt das alles auch so verdammt gut groovy und so. Und jetzt kommt unser neues Podcast. Ja, ich mache das schon mal. Ja, ich mache das schon mal. Ja, ich mache das schon mal.